Toller Zug, offen, freundlich, gute Sitzplätze, gute Sitzmöglichkeiten. Ich habe Freude, ich habe Freude, aber ich bin nicht der Einzige, die Freude hat. Ich hoffe, der RPS hat auch Freude. Ich finde, es ist recht modern im Vergleich zum anderen. Auch, dass man jetzt überall durchlaufen kann. Von außen sieht es sehr schön. Ja, es ist alles neu. Sie sitzen sehr schön. Sie sitzen sehr schön. Ich fahre sehr süßig, das ist mal gut. Ja, es ist sehr elegant. Für mich ist es heiss, aber auch zu viel an. Wenn man natürlich geschwitzt hat in diesem Mandarinen, dann vermisst man das schon ein wenig. Auch nur noch ganz, ganz wenig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.